Herzlich Willkommen in der Herrenstube. Es freut mich riesig, dass du eingeschaltet hast und heute besprechen wir einfach mal das Thema Weihnachten. Ich dachte mir, für den Herrenschnack wäre das auf jeden Fall mal ein passendes Thema für heute und wenn es dich auch interessiert, dann bleib doch einfach dran, schnapp dir ein Bierchen und mach es dir bequem. Bis gleich! Bis gleich! Schön, dass du dran geblieben bist. Heute haben wir den vierten Advent und ich möchte dir und deiner Familie zunächst einmal eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Und den Anlass dachte ich mir, nutze ich mir doch einfach mal, um darüber zu reden, was Weihnachten denn heutzutage überhaupt noch ist, wie es verwendet wird, was die Gesellschaft unter Weihnachten sieht. Und das fand ich ganz spannend eigentlich. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin etwas erkältet, bin auf dem Weg der Besserung, aber deswegen noch nicht ganz fit. Und ja, auf jeden Fall wollte ich mir es nicht nehmen lassen, zum Sonntag noch den passenden Herrenschnack rauszubringen. Ja, was kann man dazu sagen? Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich etwas sehr Traditionelles, etwas sehr Altmodisches. Für mich ist das Schöne an Weihnachten, dass die ganze Familie zusammenkommt. Für Kinder war es natürlich immer so, es gibt Geschenke und es ist etwas ganz Besonderes. Deswegen finde ich es an Weihnachten ganz faszinierend, wie der Gedanke von Weihnachten sich über die Jahre des Älterwerdens verändert. Und ich glaube, in jedem Altersabschnitt, in jeder Generation, in Weihnachten anders war. Und das finde ich total faszinierend, dass es für mich auch so eine Sache, die den Weihnachtszauber ausmacht. Ich persönlich liebe Weihnachten. Wir fangen Ende November an, schon den Weihnachtsbaumahrt zu suchen, schmücken die ganze Wohnung. Wir genießen es total, hier in der Familie Weihnachten zu feiern. Und fahren dann auch zu unseren Familien nach Hause über die Feiertage. Und genießen die Zeit einfach ganz intensiv miteinander. Jetzt ist es so, dass Kinder natürlich Weihnachten total geil finden, weil es gibt Geschenke. Irgendwann ändert sich das natürlich, wenn man älter wird. Wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, dass wir das Geld, was wir verwenden würden, um uns ein Geschenk zu kaufen, werden wir spenden. Und so haben wir das letztes Jahr auch schon gemacht. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache. Das heißt, meine Frau und ich haben das Geld investiert. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, 400 Kilo Hundefutter gekauft und das an ein Tierheim gespendet. Dieses Jahr müssen wir mal gucken, was wir machen. Aber das war so der Gedanke von uns mittlerweile, wo wir sagen, ja, das ist eine coole Sache. Man investiert das Geld, was man sonst sich, wie gesagt, schenken würde, um etwas Gutes zu tun. Das ist für uns mittlerweile echt eine ganz schöne Tradition geworden, hinter der wir sehr gut hinterstehen können und sehr viel Freude daran haben. Weil, ja, also letztes Jahr war es eben so bei uns, wir hatten ja unseren Hund frisch aus dem Tierschutz gerettet. Und da gibt es eben noch ganz viele andere Hunde. Und als wir das gesehen haben, wo die kleine Maus denn herkam und alles, waren wir schon sehr, sehr getroffen. Und haben uns überlegt, was wir eben Gutes machen können. Und dann haben wir einfach mal eine Menge, Menge Hundefutter dahin geschickt, um denen was Gutes zu tun. Und so hat vielleicht jeder irgendwie was, wo er sagt, so, ja, hey, es ist eigentlich eine coole Idee. Den und den Verein würde ich schon mal gerne unterstützen oder sowas. Und dann besprecht es doch einfach in der Familie. Ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn ihr Kinder habt, dann macht es so, schenkt den Kindern was. Die sollen da auf keinen Fall drauf verzichten, auf diesen ganzen Weihnachtszauber mit Geschenken. Das ist sowas Besonderes für Kinder, das sollte man ein Kind nicht nehmen. Aber geht doch einfach her und sagt so, komm, bevor wir uns was schenken, lass uns doch mit dem Geld was Gutes tun. Und es gibt viele, viele tolle Einrichtungen, die das Geld wirklich gut gebrauchen können, damit tolle Sachen auf die Beine stellen. Und ich muss sagen, das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ist viel, viel wertvoller. Und macht mich viel glücklicher, wie etwas Materielles, was ich irgendwie geschenkt bekommen habe oder so. Daher muss ich sagen, ist das wirklich eine tolle Alternative. Genau. Und dann ist natürlich Weihnachten noch so, ja, die Familie kommt zusammen. Das ganze Jahr, und ich sehe es in meinem Beruf vor allem, ist es so, dass Familien immer zerstreuter leben. Also, früher war es so, dass die Kinder zwar ausgezogen sind, aber noch im Nachbardorf wohnten und die Urenkel und alle waren irgendwo so auf einem Fleck. Mittlerweile ist es so, dass die Familie viel weiter auseinander lebt. Ich meine, wir sehen es selber. Wir sind ausgewandert und wir sehen die Familie auch nicht mehr so oft, wie wo wir in der Nähe gelebt haben. Genau. Und das ist einfach, das ist in vielen Familien so, dass man viel zerstreuter lebt, durch Berufe bedingt und durch Lebensumstände. Und an Weihnachten kommen alle zusammen. Und das finde ich immer das Schöne. Es ist zwar natürlich draußen ein riesen Verkehrschaos und Flughäfen und Züge sind alles voll und die Autobahnen sind voll. Aber ich denke mir immer, wenn ich das so sehe, denke ich mir so, ja, und jeder nimmt das in Kauf, um am 24. bei seiner Familie zu sein. Und das finde ich einfach total schön. Das sind so für mich Sachen, die Weihnachten ausmachen, die das total genial machen einfach. Ich finde zum Beispiel auch, dass man gerne mal an Weihnachten irgendwie als Familie zusammen was machen kann. Viele gehen in die Kirche. Da muss ich sagen, wenn man gläubig ist und wenn man das gerne macht, dann kann man das an Weihnachten machen. Ich finde, wenn ich das ganze Jahr nicht in die Kirche gehe, dann brauche ich an Weihnachten auch nicht in die Kirche gehen. Seien wir mal so ehrlich. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht gläubig bin. Ich glaube schon an etwas. Aber ich brauche keine Örtlichkeit dafür. Und ich glaube, so geht es vielen jüngeren Leuten mittlerweile. Aber zum Beispiel könnte man Oma und Opa eine schöne Freude machen, wenn man sagt, man geht in die Kirche. Weil den alten Leuten ist es einfach oft wichtig. Genau. Und so finde ich, hat jeder so seine eigene Tradition. Und das lebt man ja auch in der Familie irgendwo mit. Und deswegen ist Weihnachten so etwas Besonderes für mich, was viel weiter rüber hinausgeht wie Geschenke oder Religion. Also, es ist einfach etwas total Besonderes. Genau. Und viele haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, nach Hause zu fahren oder sind an Weihnachten alleine zu Hause oder müssen arbeiten. Ich habe das auch schon oft machen müssen, dass ich Weihnachten arbeite. Aber ich versuche eigentlich immer, Weihnachten nach Hause zu kommen, weil für mich das einfach Familie das Allerwichtigste ist. Aber dann könnt ihr vielleicht versuchen, euch mit Kollegen zu treffen. Oder wenn ihr auf der Arbeit seid, hey, nehmt doch einfach mal irgendwie ein bisschen was zu naschen mit und macht so eine kleine Weihnachtsfeier auf Arbeit. Oder fragt irgendwie Freunde nach, ob sie Lust haben, was zu machen. Oder manchmal gibt es auch in Wirtschaften oder sowas so Zusammentreffen. Also, ich glaube, an Weihnachten muss keiner alleine sein und sollte keiner alleine sein. Und was man natürlich auch sehen muss, es gibt natürlich auch leider Gottes sehr viele Menschen, denen es verwehrt ist, an Weihnachten in einem Umfeld zu feiern. Beziehungsweise vielen ist es schon verwehrt, überhaupt in einer Wohnung zu feiern. Und das macht mich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, dass es immer noch so eine hohe Anzahl an Obdachlosen in der westlichen Welt gibt. Und das ist schon extrem traurig. Wir leben eigentlich in einem völligen Überfluss, in einem völligen Konsum. Und trotzdem bleiben viele Menschen einfach auf der Strecke und fallen links und rechts runter, weil sie einfach nicht der Norm entsprechen. Beziehungsweise einfach Pech im Leben hatten, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Und deswegen, wenn ihr unterwegs seid und vielleicht noch am 24. oder sowas Geschenke einkaufen geht, dann geht doch einfach her und nehmt eine warme Mahlzeit mit oder sowas und schenkt es einem Obdachlosen. Es gibt zum Beispiel auch in vielen Städten, dass die Kirchen wie Weihnachtsfeiern für Obdachlose machen, wo sie hingehen können, wo sie eine warme Mahlzeit bekommen. Das wäre zum Beispiel auch was, wo man hinspenden könnte. Oder wenn ihr seht, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es kalt ist, dass Obdachlose irgendwo auf der Straße rumliegen und da fast erfrieren, dann gibt es einmal die Möglichkeit, einen Kältebus anzurufen. Das müsst ihr einfach mal googeln, Kältebus, und dann die Stadt, in der ihr wohnt. Da findet ihr ganz viel. Fast in jeder Stadt gibt es Kältebusse, die die Menschen einsammeln und in Sammelstellen bringen, wo sie geschützt vor der Kälte schlafen können. Und geht nicht einfach dran vorbei. Sprecht mit den Leuten. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es dem nicht gut geht, dann könnt ihr auch einen Rettungsdienst anrufen. Und dass derjenige medizinische Versorgung bekommt. Denn jedem von uns irgendwo geht es gut, aber vielen von den Menschen eben nicht. Und es ist extrem traurig, wie viele Leute einfach mit solchen Scheuklappen durchs Leben laufen und nicht sehen, bzw. diese Menschen ignorieren und nicht sehen, wie schlecht es denen geht. Und das wäre so mein kleiner Aufruf an euch, über Weihnachten einfach mal ein bisschen ein Auge drauf zu haben, in der kalten Zeit, ob es den Menschen gut geht, ob die vielleicht was brauchen können. Und ansonsten einfach mal einen Kältebus anrufen. Das sind mega liebe Leute, die sich wirklich drum kümmern. Genau, das war eigentlich schon mein kleines Video zu Weihnachten. Was Weihnachten für mich ist. Warum es für mich so besonders ist. Was wir mit Geschenken, eben mit dieser Spendenaktion machen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einfach einen Daumen nach oben. Abonnier meinen Kanal. Und mach das Glöckchen an, dann verpasst du kein Video mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Herrenstube. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao. Ciao.